Hallo ihr Lieben, euer Girl, es ist ihr hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Guild Wars mit Hänna. Wie so ein Wrestling-Ansagen. Ja, wir sind hier immer noch im Fels von Dojo, haben wir den letzten Part gekleert. Jetzt geht es zur Celonenbucht, 230 bis 276 Gegner. Celonenbucht ist eine Region mit großen Wasserflächen, die aber größtenteils begehbar sind. Im Nordwesten der Bucht liegt ein großes Dorf. Viele Einwohner Istans haben sich hier niedergelassen, da das auch eine Gegend ist, die von Schiffen geprägt wurde. Größter Umschlagplatz von Varen ist der nördlich gelegener Hafen. Also Sumpf und Hafen irgendwie und Dorf. Interessant. Hey, das kam auf jeden Fall mal in eine Cutscene hier, der Kopf. Erinnert übrigens so ein bisschen an Sam in der Zwei, der Umfang. Ja, ich glaube, das ist in einer anderen Map. Ja, hier ist aber auch so ein Kopf. Ich war in Summoner Zwei, ne, auf der Insel, Timur. Das war auch diese Steingesichter, die da sogar eine Bewandtnis hatten. Du hast in der Summoner I gespielt, so wie ich das rausgehört habe. Das Bessere. Nee. Bei Zwei sahen wir die Steuerung viel zu dynamisch aus. Ja, bei Zwei sahen wir die Steuerung viel zu dynamisch aus. Ich habe neulich erst eins angeguckt. Echt? Fand ich ganz interessant. Ist überhaupt noch Leute, gibt dir das? Ja, aber ich habe es nicht ganz komplett, nicht alles. Ich habe nur die ersten anderthalb Stunden mir angeguckt, so aus Nostalgiegründen, weil ich wissen wollte, an was ich mich noch erinnern kann. Du hattest eins und ich hattest zwei, ne, sowas. Naja, und ich habe halt eins ja auch nicht, ich habe das, das ist ja auch sauschwer sein. Und ich weiß halt noch, dass ich das als Kind auch nicht hingekriegt habe, weil ich zu blöd war und weil ich auch nichts kapiert habe. Es wurde einem ja nichts erklärt, wie bei so alten Spielen halt normal, ne? Naja. Same, bei Summoner Zwei ist es nicht anders. Auch sauschwer und nichts wird erklärt. Ja, und deswegen habe ich das halt als Kitty nicht hinbekommen und habe aber noch so Erinnerungen, so ganz schwummrige daran gehabt und ich wollte einfach mal reingucken, ob mir da auch was bekannt vorkam. kam und kam auch, aber nach anderthalb Stunden habe ich gedacht, okay, brauche gar nicht weitergucken, weil so weit war ich nicht. Und dann ausgemacht. Dann ausgemacht, ja. Ja, ey. Geh halt nicht alles, kann nicht alles gucken. Leider nicht. Na gut, das gilt was ein bisschen einfacher. Hm. Außer vielleicht jetzt die Superbosse und Super Dungeons und so. Ach ja. Wir reden immer die ganze Zeit vor uns, weil Maleks vor den schweren Sachen, die noch kommen. Ich glaube, wir haben das mal einmal angeteasert. Es gibt tatsächlich einen Secret Boss in Prophecise. Der nennt sich Foulschuppe. Den haben wir auch schon mal gesehen. Da war irgendwas. Da müssen wir einmal kurz zu ihm hin. Hm. Foulschuppe. Das ist ein Superboss. Basically ein Secret Boss wie in einem JRPG. Ja. Optional, man muss da nicht hin. Wenn man ihn halt trifft, ja. Müll Gott euch segnen. Wir sind in Normal-Mode gewiped, übrigens. Ja gut, aber da waren wir auch noch relativ anfängerisch. Fresh, ne? Ja. Da hatten wir definitiv noch nicht dieses Gruppenbild. Ne. Ich glaube, Gwen zerstört den ein bisschen mit Panik. Weil die alle so relativ naheinander stehen. Ne, das blüht es mir auch zu einfach, dass ich jetzt hier Dings den Buff nehme. Ja. Ja, wir schießen das ein bisschen, aber bei 11. North war es ja auch manchmal sowas, weil wir angefangen haben in einem Gebiet. Und sind dann in ein anderes Gebiet gegangen, weil es auch gar nicht anders ging. Zum Sacknotal kam man gar nicht anders. Ja. Weil normalerweise kommst du hier nur mit einer Viergruppe halt rein. Ja. Mit einer Achtergruppe rein wollt, müsst ihr beim Bick nur Hafen starten, nur bei Schwarzwasser noch. Nur dann. Ja. Kommt ihr in einer Achtergruppe hier rein. Aber ja, naja, ich sag mal so. Wollt nicht der Rand erst ablaufen? Ja, ist schon recht. Ja, ja. Heute Lanze. Nein, lass uns sehen, wir werden wiederkommen gemacht. Beutelanze. Okay, Urscher, Freude, erst mal wieder Pause, glaube ich. Irgendwie schon, ja. Benutzen wir in letzter Zeit nicht so oft. Bei Tief habe ich so hart getriert, dass immer jeder hat. Ja, stimmt. Aber hier, wenn wir quasi schon mit doppelten Leuten reingehen und du willst dann noch die Buffs vorm Schrein, warum soll ich da Neuroaschaft fahren nutzen? Ja. Am besten noch Tengu-Leuchtfeuer, Konzert. Ja. Schau mal vor, wie man hier durchrasieren würde. Ja, man kann das schon schnell klieren, wenn man möchte, aber. Kann auch ein bisschen eine Challenge sein, wobei, ja. Na ja, vielleicht, wenn man Solo macht. Ich sage euch jetzt mal was. Das schwerste Gebiet hier wird das Flachland von Jarin. Vermutlich, ja. Was dumm ist. Was das allererste Gebiet ist. Da irgendwie zwei oder dreimal Wipe, ey. Schon heftig. Ich glaube, echt zweimal gewiped, ne? Und das kommt ja echt Felten vor. Und am Ende waren Goren und Sanatius dort. Aber ich meine, wir sind ja auch nur gewiped, weil du hättest ja abhauen können, aber es lohnt sich halt nicht, wenn du alleine bist. Was für einen Zweck hat das dann? Ich kann ja nicht retten mit dem Rito-Bild. Eben, ja. Und wenn ich das Geist abzapfen rausnehmen will für ein Retz, dann funktioniert das nicht mit Paragon. Da könntest du höchstens halt auf einen Geist verzichten stattdessen. Ja, und auf welchen? Sag's mir. Irgendeinen. Ich meine, so oder so ist es nicht. Die sind alle Key. Ja, was heißt Key? Key. Vampirismus am ehesten sonst. Bestimmt verzichte nie auf Missklang und Entzauberung. Die besten Geister im Spiel. Ja, ich meine, Key klingt halt so, als wenn das Bild halt gar nicht spielbar wäre. Das ist ja auch nicht so. Ist halt nur deutlich schwächer. Du hast immer noch stärker als ein x-beliebiges Paragon-Bild, was du machen könntest. Also, wenn es danach geht. Sperrparagon haben wir übrigens auch darüber nachgedacht. So, was könnte ich machen? Weil ich in 4-Grumm ist Paragon halt absolut kacke. Und dann haben wir darüber nachgedacht. Hm. Ich könnte ja auch Sperrparagon spielen mit grausamer Sperr. Das würde absolut nichts machen. Nichts. Und das ist das Einzige, was du spielen kannst. Wo wir aber gar nicht machen. Weil Motivation und so. Und das funktioniert ja auch nicht. Da brauchst du ja auch die Leute. Ja. Du kannst nur Sperrparagon spielen. Was soll das bringen? Nix. Ja, das ist schon echt Mist. Das wäre ein ultraschlechter Krieger dann. Ja. Vor allen Dingen Sperr. Also Damage-Sperr-Bilds werden auch nie mit Paragon gespielt. So, immer mit Warrior. Ich habe schon so oft im PvP, vor allen Dingen in Random Arena, irgendwelche Krieger mit Sperr gesehen. Naja, wegen Stärke halt, ne? Das macht schon viel aus, wenn du die 13%-Würstung-Würstung-Würstung-Würstung-Würstung hast. Was bringt dir dann Führung? Deswegen, Paragon kann nur mit den Schreien gespielt werden. Meiner Meinung nach. Ja. Das heißt, ich musste mir überlegen, hm, was funktioniert überhaupt? Wer fehlt denn? Und dann sind wir darauf gekommen, oh, ja. Ja, gut, die Ritualisten kann man, glaube ich, ganz gut ersetzen. Da bin ich ja auch drin geübt, ne? Weil ich ja Gott unter Sterblichen mit Rito gemacht habe und dann war es eigentlich beschlossen. Ja. Und es hat ja auch gut funktioniert, immer. Nur halt kein Rätsel. Ja, das fehlt dann halt. Ich könnte Vampirismus-Geist, was man... Gab es nicht so die Sonnensperr-Siegel oder so? Ja, klar. Was macht das denn? Das ist wie das Normale. Das ist wie das Normale, leider. Ja, halt außer, dass es halt auch teleportiert und du hast mehr Energie. Ja, was mich halt da stört, ist, dass du es nicht immer hast. Ja, gut, aber wie oft kriegt man einen Moral-Boost? Siegel der Wiederbelegung finde ich nur cool, wenn du halt Schlussstein-Siegel spielst mit Mesmer hast. Das Ziel sagt ja, alle Siegel sind wieder aufgeladen. Das geht auch mit dem Dings. Ja, ich meine schon. Skal und magischer Kompass. Hier ist es besonders wichtig, bei diesen Gebieten den Rand abzulaufen wegen den Schreien, die meistens immer am Rand sind, weil es meistens dann ein Eingang ist. Ja. Oder Ausgang. Da ist es tatsächlich wichtig, vorausgesetzt ihr habt den Titel nicht schon auf Max, aber wenn ihr noch Gebiete bezwingt, ja okay, dann habt das wahrscheinlich auch nicht. Also es ist ja eher unwahrscheinlich, weil als einfachste Art und Weise, wie man sich halt die Punkte holen kann, indem man die Gebiete bezwingt, ne? Wenn ihr Titel machen wollt, müsst ihr folgendes tun. Ihr müsst warten, das gibt es ja öfter bei Arena nicht, dass es ein Event gibt, von wegen dieses Wochenende doppelte Sonnensperrbelohnungspunkte und dann macht ihr die Gebiete an. Dann habt ihr for sure den Titel Max, den legendären Sperrmarschall. Wie ich ihn immer gerne erinnere. Ein Schall der Sperrmarschall. So. Weil dafür braucht man 50.000, das heißt, ich habe jetzt erst ein Fünftel von den Schalls. Also fairerweise muss man sagen, ich glaube, das ist einer der Titel, der am leichtesten auf Maximal zu bringen ist. Das stimmt, aber... Aber man muss es sich ja trotzdem nicht unnötig schwer machen. Ne. Und da hast du übrigens deinen Dialog. So, kommt jetzt hier ein Pop-up oder was? Na mal gucken, erstmal Randablaufen. Was ist das? Wirklich so ein Fischerdorf. Fischerdorf. Naja, das soll ja eigentlich eher so ein richtiger Hafen sein hier. Nicht, wenn hier so ein Warenumschlagsplatz sein soll. Was ist das? Da hängt die Schmutzwäsche und hier ist ein Boot mit Warenlieferung. Und alles unter Wasser. Ja, keine Ahnung, aber offenbar... Ja, guck mal, guck mal. Ah, okay, da hinten. Da hinten geht es dann los. Da wird gehandelt. Guck mal, da hinten, ey. Oh, da wünsche ich dich, dass so ein Walk-through-Wart-Sheet gibt. Gibt es ja nicht, weil es ein Online-Spiel ist. Bam. Und wenn es das gibt, dann kommt ein paar Sekunden später du und dann bist es gebannt. Da ist der Count weg. Dann müsst ihr aufpassen, mal Online spielen. Bloß kein Cheat oder engen Scheiß benutzen. Exploit. Dann hier wird es Ärger. Oh, ist da schon der Pop-Up? Wahrscheinlich. Die sind doch nicht aufgepoppt. Nee. Kommt noch. Eines Vaters Schicksal. Wie viele Quests hier noch sind. Ich habe eigentlich hier logischerweise der Account, der Steck geht ja nur hier. Mit Paragon und Dervish. Ja. Trotzdem noch so viele Quests. Die hast du gar nicht, ne? Die kannst du gar nicht nehmen. Nope. Hä, ist der Mörder? Oh Gott, Korsaren-Mörder. Mörder. Das ist ja richtig hart. Aus dunklen Bruderschaft. Ist so. Cutthroat. Guck mal, wie ich es übersetzt habe. Cutthroat. Das klingt mehr nach sowas irgendwie Piratigem, ne? Ja, das ist schon besser. Weil Cutlass ist nämlich ein Piratensäbel. Ja. Falls du es kennst. Cutthroat. Den Begriff, ja. Ja. Cutthroat. Mörder. Mörder, time of the dragon. Zumal man ist ja wirklich auch irgendwie Halsabschneider. Ja, Halsabschneider im Deutschen klingt aber halt auch wieder anders, so, ne? Ist halt komisch. Cutthroat. Halsabschneider. Ja, gut. Sanitäter. Meuchelmörder wäre eine gute Übersetzung gewesen. Ja, ne? Das wäre es. Hier sind die, glaube ich, auch für eine dunkle Bruderschaft teilweise. Für einen Mörder schlaft ihr ziemlich tief. Der Drecksack. Ist so, ey. Ich habe neulich bei Etsy, haben sie Kissen verkauft auf dem hier, dieser Lucien Lachance irgendwie. Mit dem Spruch so, aber auf dem Kissen, wie geil ist das denn? Ja, okay, das ist lustig, aber es ist gruselig. Ja, aber da habe ich echt gedacht, boah, das hätte ich irgendwie schon ganz gerne. Zu teuer? Naja, ich kaufe halt ungern Ramsch. So, es ist halt, es ist an sich ein lustiger Gag. Was heißt Ramsch? Das ist ja künftige Emotionen. Ja, das ist nur für meine Bespaßung und irgendwer, sowas ist halt billige Textilproduktion. Und das ist meistens halt Sweatshop und dann habe ich halt ein schlechtes Gewissen, weil ich dann halt denke, ja, wer weiß, Kinder arbeiten, nur damit ich so einen dummen Spruch halt auch... Deswegen hältst du auch nichts vom Wish, ne? Ja, natürlich nicht. Die sind ja wirklich unterbezahlt, Leute. Ja, was heißt, sind bei Wish, das ist ja nur eine Plattform. Da weiß man ja nie, wo, es ist ja nicht so, als wenn die das selbst herstellen würden. Die produzieren das aber schon sehr günstig unter schlechten Bedingungen in der Regel. Sollte man meinen, wenn es billig ist, ist es halt billig, ne? Da kann ja eigentlich kein, ne? Das ist ja das Problem. Und bei Timo ist es noch schlimmer. Wie gesagt, gegen Wish habe ich nichts. Ich mag Wish. Aber Timo ist ja richtig schrecklich. Du kriegst kaputte Sachen. Du kriegst richtig Ärger hier teilweise mit dem Import. Dann sind da Giftstoffe drin und allen Scheiß teilweise. Ja, weiß ich nicht. Für mich ist das alles ein Abwasch. Ich finde generell schwierig. Ich finde generell Konsum immer relativ schwierig. Man muss sich wirklich auf das beschränken, was man braucht und gut ist. Ja, man muss ja immer was gönnen. Ja, aber man muss sich halt vorher überlegen, was... Man kann sich ja was gönnen, aber man muss halt immer drüber nachdenken. Oh, das ist halt ein schönes Kissen. Den hätte ich halt an sich wirklich gerne, aber... Nee, geht nicht. Das geht nicht. Da muss ich es nur wenn dann irgendwie selbst sticken oder so. Es geht ja am meisten um die Idee, ja, dass halt der Spruch auf dem Kissen mit seiner Fresse so... Das ist halt auch so ein dummen Blick. Ich muss dir das gleich mal zeigen nach dem Part, ey. Oh, das ist so lustig, ey, das Gesicht. Dann wachst du morgens auf, ey, und siehst ihn als erstes. Wie im Game, ey. Ja, echt, ne? Wie im Game. Und dann gibt er dir schön irgendwie dieses komische Messer und dann so... Töte Rufio. Durch des Leids, oder so. Genau. Klinge des Leids. Klinge des Leids, genau. Und dann schön diesen komischen Rufio muss man abstechen, ey. Richtig böse. Und wenn du dann dich gegen die Bruderschaft fändest und dich dann schlafen legst, dann hast du das Allerschlimmste, warum? Stimmt, dann kommt irgendwie die... Der Zorn von Sitis, so ein gruseliger, richtig creepy aussehender, quietsche Geist. Ach so, apropos... Oh mein Gott, da hatte ich so Schiss als kleines Girl vor dem. Weil ich hab das ja mit diesem Stuhl gespielt. Ich glaub gar nicht, wie laut der ist. Der Bass am Rücken. Und dann lädt das und dann steht da dieser Geist. Ja, stimmt. Das war ja auch ein Albtraum in der Kindheit. Stimmt, da war was. Das war ein Albtraum in der Kindheit. Das sind aber, glaub ich, auch nur ein... Ich kannte das ja nicht. Ich wusste ja nicht, das war ja Blind. Das war zu der Zeit, wo man Oblivion noch nicht so gut kannte. Und ich hab mit mir nichts gerechnet. Und dann steht da dieser Geist. Wie alt war ich? 9, 10? Das war so heftig. Ja. Das glaub ich gern. Boah, das war... Apropos Spoilers ahead. Ja, also für die, die aus irgendeinem Grund Oblivion nicht gezockt haben und das noch nicht kennen. Ich wollte nur eben fragen, ob Cecile das noch weiß. Mit dem Rufio war nicht irgendwie auch hinterher was, dass dann rauskam, dass der irgendwie vorher auch irgendwie da eine Leitperson war und so. Und dass der Lucien dich nur irgendwie gegen den losgeschickt hat, um den irgendwie auszu... Äh... Ich glaube ja, auf jeden Fall der Lucien ist halt... Ja, ja, weil der ist ja... Genau, weil der ist ja... Ich komm hinterher raus, dass der selbst irgendwie selbst nochmal ein Hintergeher ist. So übrigens der Verräter noch obendrein. Obwohl der ja schon zu so einer Cutthroat-Gilde sozusagen gehört, ey. Und dann ist er aber auch nochmal noch schlimmer. Der Verräter, der Verräter. Und dann, ähm, und ich glaube, dass der auch schon von Anfang an halt irgendwie sein Unheil getrieben hat. Und dieser Rufio auch schon einer war, den Mann dann irgendwie, von wo er es noch gar nicht wusste sozusagen. Ich glaube, da war irgendwie was. Ich glaube auch, ich weiß auch nicht mehr genau. Klingel des Leids, ey. Ja, das war an sich voll schlecht. Ja, die war schlecht, aber die hat ja auch One-Hit gemacht bei Rufio. Ja, nur bei ihm. Weil es halt gescriptet war. Ihr da, verschwindet! Nun, Liebling! Wir sind auf der Insel im Ketzal. Nun, auf zum Angriff! Ist das ein Nun hier, der Eisentrand? Ja, bestimmt. Ja, der kommt da. Ich hab ja solche Angst. Du mit deinem kleinen Haustier. Er ist ja ja auch. Alligator gezähmt, ey. Ich wollte gerade sagen, vielleicht ist er ja krass, weil vielleicht ist nach ihm die Nundu-Bucht benannt. Aber so krass war er dann nicht. Der war eifer zu besiegen als die normalen Gegner, ja. Armer Nund. Nund! Pisst euch! Der war ja nett. Was haben wir ihm getan? Der wollte uns bestimmt gar nichts tun. Und, äh... Aber nur, weil sein Herrchen ihn gezwungen hat, ey. Und dann mussten wir Nund leider erlegen. Ja, was hat denn sein Herrchen gegen uns? Ich hab's auch nicht geschnallt. Oh, Balthasar wieder. Naja, aber... Sowas gab's bei Oblivion ja auch. So komische Leute, die einen einfach random angerufen haben. Ja. Mir gefällt dein Gesicht nicht. Auf in den Kampf! Aber Schlimm ist, war dieser eine in den Skingrad. Dieser ganz Bekloppte. Welcher? Der auch eng mal Armbock laufen ist. Galt hier, oder wie... Ach ja, den man irgendwie am Anfang irgendwie nachts in der Kathedrale oder so irgendwie aufsuchen muss, der hatte so übelst Paranoia und so, ne? Der war echt nicht ganz dicht. Aber war der, hatte der umsonst Paranoia oder war irgendwas wirklich... Ich weiß gar nicht mehr. Ja, da gab's so geile Storys in dem Game. Ja, selbst jede kleine Scheiß-Sidequest war geil geschrieben. Ja, wirklich. Aber das gab's bei Skyrim eben nicht. Da waren die Sidequests so belanglos und langweilig. Naja, ich kann auch... Ich hab das Gefühl, da ist gar nicht so viel Liebe rein. Da war... Da war jede Quest ein Banger bei Oblivion. Wirklich jede einzelne Quest. Da fällt gerade nichts ein, was wirklich absolut kackt war. Ich weiß auch noch, gab es auch diese eine geile, wo die, wo man irgendwie so ein kleines Häuschen musste, was super abgelegen lag und so, wo man so eingeladen wurde von so einer verführerischen Frau und wo die einen dann verhext haben, dass man sich nicht bewegen konnte. Bei Anvil. Und dann haben sie einen irgendwie ausgeraubt und so, ne? Bei Anvil. Oh, hier, ich hab jetzt einen Fokus. Willst du den haben? Ja, ja. Bei Anvil war das. Ja, tschüss. Das ist ein ganz normaler Fokus, wie es den auch schon im Tutorial gibt, ne? Wo ist der denn? Ja, da. Ja, Kuh-Kalver-Mäse oder so. Ach, scheiße. Heidbeet 3. Ja, genau. Genauso sieht der auch aus. Sieht richtig aus, als wenn man den irgendwie so... Lieber einen normalen Fokus findet im Noob-Gebiet, anstatt einen Bogen, den absolut langweiligen Standard-Holzbogen findet in einem Endgame-Lachsen-Gebiet. Naja, stimmt auch wieder. Mit schlechten, negativen Eigenschaften auch noch. Naja, wobei Endgame-Lachsen-Gebiet, ich sag mal so... Ja, im Faktion ist das letzte Gebiet, basically. Vor allem Reisen-Palace. Stimmt schon. Danach kommt ja nur Reisen-Palace und Shiro. Stimmt eigentlich. Ja, krass eigentlich. Na, ich find aber Factions ist einfach nicht so schwer. Dafür ist halt Shiro dann halt schon... Bei weit, ne, schwerst du was. Eigentlich sind so die Gebiete, wo so richtig die Befallenen abgehend sind, eigentlich die schwersten. Danach wird's leichter. Ne, Kursik waren die Schwersten. Ja, Kursik, ja, ja. Und nicht, wo die Befallenen sind. Ja, okay. Es gibt Gebiete, wo die Befallenen waren. Und Jade-Brüder. Das waren auch schreckliche Gebiete. Die waren doch schlimm. Zumal du die ja eh nicht leiden konntest wegen des Settings. Ja. Oh, ich weiß kein Ding. Und da müssen wir noch ganz oft sein mit den Guild Wars Björn. Ja, da freu ich mich schon so sehr drauf. Vor allem ist er für dich komplett blind. Ja, eben. Das ist ja der Hauptgrund, warum ich das geil finde. Weil ich so richtig dann nochmal eine richtige Story habe. Und ich glaube, die Jade-Brüder hatten auch Splitterwaffe. Ah, hör mir auf. Darum haben die uns wieder kaputt gemacht. Diese Scheiß-Skill, ne? Kriegen wir schon irgendwie hin. Das Einzige, was glaube ich den Schaden reduziert, ist halt, es gibt nichts zu befürchten und wie heißt das Schmerztrotzen, ne? Ja. Nur das kann das reduzieren. Oder? Ja, es gibt noch andere Skills, aber ganz viele Monk-Prot-Skills können das natürlich reduzieren. Was vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee wäre. Wir hatten ja nie einen Protter dabei bis jetzt. Nee, weil ich eigentlich protte. Ja, im Grunde schon, ja. Im Bagon ist der der bessere Protter. Ja, stimmt schon. Wäre vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee gewesen für die Vierer-Bilds. Ein Protter. Ein Protter ist schon manchmal besser als ein Protter. Ich habe aber gar keinen Nilow. Ja, ein bisschen heilt der ja auch. Über Gunst der Götter und ein paar Skills heilen auch. Müssen wir dir eifrige Segnung geben. Das ist ja wirklich ein High-Fot-Skill. Eben. Ist halt für ein Hybrid und das wäre ja dann ein Hybrid. Mhm. Können wir uns einfach wirklich überlegen. Aber mit dem Vierer-Bilds sind wir ja nicht confident auf jeden Fall. Nee. Mit dem Sechster-Bilds sind wir ja auch nicht confident. Aber mit dem Achter-Bild können die Hater sagen, was sie wollen. Der ist gut. Ja. Ich meine, klar könnte man sagen, ja, Goran ist jetzt nicht so essentiell. Aber er muss halt mit. Essentiell ist er nicht. Aber es ist Maskottchen und schlecht ist er echt nicht. Nö. Kann Benommenheiten machen. Kann keinen auf ein bisschen tanken, weil er Warrior ist. Er hat noch ein Mut-Shield dabei. Und er kann, jetzt kommt das Wichtigste, das beste Argument immer zum Schluss aufheben. Er kann zu Boden schmeißen. Das kann so gut sein. Ja, aber man könnte halt sagen, okay, ein Asser oder ein Bogen-Waldi oder so mit irgendeinem Shit, irgendwas Krassem. Das könnte auch cool sein, aber ja. Haben wir ja schon alles geschaut, den besten Bogen-Bild, den besten Asser-Bild für Helden. Meiner Meinung nach. Über ein Derwisch wissen wir halt nicht. Keine Ahnung, Leute, wenn ihr ein guter Derwisch-Bild habt. Lass es mich wissen. Nicht so wirklich. Obwohl, ich meine, ganz ehrlich, das, was Dingens macht, was Jeremy macht mit diesen Verzauberungen und so, das wäre für einen Helden auch nicht schlecht. Zumal das ja krasser ist für einen richtigen Derwisch. Das ist ja dann noch tankiger. Zumal ein richtiger Derwisch ja auch schon von sich aus tankiger ist. Plus mit Mystik hat er ja nochmal Rüstung für jede Verzauberung. Ich finde zwar Jeremy heftiger wegen dunkler Pakt. Was macht das denn nochmal? Achso, das ist das, was der Schaden weitergeleitet wird oder wie? Oder was ist das? Ja. Ja, natürlich ist er deswegen... Er kriegt nur 25% Schaden und dann dieser Ultra-Heal und die Rüstung der Heiligkeit reduziert generell auch den Schaden. Ja, natürlich. Den kann man nicht besiegen. Ich sage ja nicht, dass der dann besser wäre als Jeremy. Aber er wäre zumindest kein schlechter Derwisch halt. Als wüsste nicht, was man dem Besseres geben könnte. Ja, dem wird das aber öfter weggenommen, weil er an der Front ist. Ja. Jeremy steht ja hinten. Ja, stimmt schon. Weiß ich nicht. Deswegen schreit es in den Kommentar. Was ist das denn jetzt hier? Nenn du der Fischer. Schwierigkeitsgradmeister. Let's go. Der Fischer. Let's go. Ey, was ist denn Schwierigkeitsmeister jetzt? Let's go. Ein großer Fang. Findet das Hamu-Ukai-Oi und vernichtet es. Wo ist das denn? Das will ich mal an. Oh, da müssen wir eh nur mal an. Ja, perfekt. Ja, weil das klingt ja geil. Das klingt echt geil. Und er hat mir... Hätte ich mal doch den ganzen Shit eingesammelt. Die ganzen, äh... Na, sag schon. Die ganzen Boni von den, äh... Wo ist der Löwe eigentlich? Der hängt irgendwo. Der Löwe. Toll. Seit der Tiefe hat er einfach keinen Bock mehr. Da blöd rumzustehen, war schon geiler eigentlich. Ich stehe jetzt immer irgendwo blöd rum. Das ist irgendwie ganz schön cool, nicht immer drauf zu gehen. Ja, und hier... Tierquicken und das wieder da... Ja, ist das so... Comfort Animal. Das ist so viel besser. Schön, nimmst du so in den Arm und klopfst ihm so auf den Kopf. Ja, nee, so. Das wird alles gut. Ja, genau. Goodbye. So mache ich das auch bei Menschen, wenn sie traurig sind. Da fällt mir mal nichts Besseres ein. Mach ich auch. Oh, ei, ei, wird schon wieder. Goodbye. Wie so zu einem Hund. Goodbye. Guter Junge. Besser good boy als goodbye. Und dann so... Ist gleich vorbei. Ich hoffe, das denkt sich gar nicht. Nee, ich auch nicht, ey. Manchmal denke ich es mir schon... Kann man hier durch? Durch den Fluss? Manchmal denke ich es mir schon, wenn er lieber Kameradschaft macht. Ich glaube ja, aber das scheint nicht zu sein. So, und hier ist der jetzt. Schwierigkeitsgrad Meister. Hä, warum denn? Was soll denn hier so schwer sein? Geister, Hamu Okalu? Ja. Ich hab Schiss. Hat sich schon den Bauern gesnackt. Nee, nicht, dass hier jetzt 20 Leute spawnen. Say. Hä? Nur er. Weil er so High-Level ist? Aber es ist ja Hard-Mod, das ist ja gar nicht so krass. Ach, wahrscheinlich. Wenn man Low-Level ist, ist der wahrscheinlich Level 20 oder so. Das war's. Ja. Wenn man hier mit Level 8 oder so oder Level 7 ist, ist der wahrscheinlich Level 20 oder so. Toll. Toll. Schwierigkeitsgrad Meister. Ja, was war's? Never mind, then. Puh. Beste Quest. Ich hätte jetzt gedacht, Schwierigkeitsmeister ist immer, dass man das halt... so erst im Late-Game halt dann macht, so. Und ich so, oh ja, für Anfänger ist das jetzt richtig schwer. Ach so. Du meinst, dass die Quest erst... Also, dass der Typ erst den Ausruf zu zeigen hat, wenn man 20 ist, ne? Ja, zum Beispiel, ja. Oder dass der erst auftaucht, wenn man das Game durch hat oder irgendeine Sachen, ja. Ja. After-Story. Ja. Secret-After-Story-Quest. Das wäre echt schön cool. Total. Das war's ja hier ein bisschen. Nach Abaddon. Dass man die Helden noch freischaltet und so. Ja. Aber gibt's ja in jedem Teil. Spätestens jetzt seit Beyond. Nur, denen gibt's ja ein Nightfall nicht. Finde ich auch total lame, dass sie kein Beyond-Kram für Nightfall gemacht haben. Ja, für alle, für alle. Sogar für Eye of the North. Mit den Leutnant Thackeray, das ist der Eye of the North. Stimmt. Und hier nix. Hier gibt's kein Beyond. Und hier hätte man das Volk umsetzen können mit Cormier jetzt. Ja, eben. Schade. Ich mein, ich weiß halt nicht, wie viel... I mean, das Guild Wars Beyond hier ist tatsächlich hier Domain of Anguish. Ja, gut, aber das hat ja... Ja, ne, ja, aber das kam ja nicht erst später. Das wär ja... Ja, ja, das... Hat mit dem Nachfolger ja auch nicht... Damit kann man das halt am ehesten vergleichen. Ich weiß halt nicht, was für eine große Rolle halt so der Nightfall-Kram, Elona-Kram halt in Guild Wars 2 dann... Das kam ja erst mit dem Endordner alles wieder dazu, ne? Richtig. Wo ich Guild Wars 2 ausgetestet hab, Slash gespielt hab, da gab's das gar nicht. Ja, wie gesagt... Gab's nur Prophesize. Relativ spät, nach vielen Jahren erst in Elona-Erweiterung gekommen. Und das hat mich auch ein bisschen demotiviert, weil ich hab mich so auf Barbie gefreut. Und dann, oh, es gibt ja gar keine Elona. Ja, so war's bei mir. Ungelogen. Mit Factions. Ne, ne, anders. Also das kam, glaub ich, früher. Ich glaub, Factions kam früher ne Erweiterung. Das hab ich auch nicht mehr mitgekriegt. Ne, da warst du auch schon raus. Ne, aber was ich sagen wollte, ist, ähm, ich hatte, als ich Skyrim mir dann schlussendlich mal geholt habe, das hab ich mir ja auch erst elf Jahre nach Release geholt, weil ich nie... Was? Achso. Achso, was für dein Anderer. Wo war denn jetzt der Fischer? Hoffentlich darf der nicht draufgehen. Wo war denn jetzt der Fischer? Scheiße. Wieder vergessen. Na ja. Was mit Skyrim? Achso, äh, als ich mir Skyrim dann schlussendlich irgendwann mal geholt hab, war ja erst... Ich war ja riesiger Oblivion-Fan, aber Skyrim, äh, hab ich mir nie geholt, weil ich halt die, als das rausgekommen ist, da hab ich halt schon nicht mehr gezockt. Und dann hab ich nie die Zeit oder so, ich hab nie die Zeit gefunden oder auch dann irgendwann keine Konsole gehabt, auf der ich das hätte spielen können oder so, ne. Dann hab ich mir irgendwann mal auf die Konsole meiner Freundin das dann runtergeladen, erst genau mit, ähm, Corona. Da hab ich gesagt, okay, ja, alles klar, jetzt hab ich die Zeit, äh, kann ja eh nicht rausgehen, dies, das, so, okay, jetzt hol ich's mir mal, weil ich wollt's immer mal spielen, ne. Ich dachte mir so, okay, komm, ich hab Oblivion so viel gespielt, ich will wenigstens hier die Story und so, die Gilden und so mal durchspielen und so. So, dann hab ich mir das geholt und fand's auch an sich cool halt, ne, hab mich natürlich nicht ganz so reinfinden können wie damals, als ich noch jung war und ganz ehrlich, Oblivion find ich auch generell schöner gemacht. Ja, ich auch. Aber was mich wirklich... Sagt jeder, der oder die auch Oblivion kennt. Ja, ich fand's halt charmanter. Aber was ich wirklich vermisst habe, war, dass es halt keine... also es gab ja im Grunde gab es Daedra, aber es gab halt nicht mehr die, die, äh, Totenländer, äh, Daedra, halt die von Merunes Dargon. Merunes Dargon-Welt, das Oblivion-Turm. Im Grunde gab es die Daedra, weil ganz selten sind die ja mal aufgetaucht. Es gab eine Höhle, es war so eine Gimmick-Höhle in Skyrim, da kam nur Daedra, es war so ein Hommage. Genau. Oh, es hatte nicht ansatzweise den Vibe von so Oblivion-Turm. Und am Schrein von Merunes Dargon gab's die auch. Ja, auch stimmt. Da musste man immer hin, wenn man die Daedra-Herzen farmen wollte für die Daedra-Rüstung, wenn du die haben wolltest. Das war die einzige Ecke, wo die mal kamen. Und ich, und ich, für mich war Oblivion, ja, also die Ebene, war ja nur diese Totenländer, weil normalerweise so in, in Oblivion war das ja immer dann dieses Lava mit diesen geilen Türmen und alles so richtig cool. Alles so richtig bedrückend und weird irgendwie. Genau, und dann, ich meine, in Skyrim gab's ja im Grunde Oblivion, aber halt andere Ebenen. Und viele coole Wetzel, auch mit den Schalter und der öffnet sich da hinten beim Turm-Tor. Alles so ein bisschen Rätsel. Nee, eben, das war schon cool gemacht, aber ich fand dann halt diese anderen Ebenen nicht so cool. Es gab ja dieses Seelengrab, oder wie das heißt, wo alles so lila war und so. Das muss ein Add-on sein. Ja, das war erst in einem Add-on. Und dann gab's ja in einem anderen Add-on, also das waren zwei verschiedene Add-ons. Einmal gab's ja das mit diesen Vampiren, Dawnguard oder wie das hieß. Da ist man dann in dieses Seelengrab rein. Das ist im Grunde auch eine Ebene von Oblivion so, aber halt eine andere. Von einem anderen irgendwie Dhaedra-Fürsten, halt dann die Domäne. Fand ich aber lame. Und bei dem anderen, wie hieß das denn nochmal? Dragonborn hieß die Erweiterung. Das ist ja dieses, wo man gegen diesen Myra-Ark antreten muss, wo es auch Drachen gibt und sowas. Also wo man auch einen Drachen dann reiten kann und so ein Kram. Oh Gott. Das war an sich, also die Erweiterung war cool, weil da konnte man ja nach Solstheim, das war ja dann sozusagen wieder so eine Hommage an Morrowind. Das fand ich geil. Der Teil der Erweiterung war genial. Die haben es denn mit Hommagen an Morrowind? Ja, das ist ja auch einfach ein geiles Spiel. Aber, ja stimmt, Shivering Eyes war ja auch so ein bisschen Morrowind-mäßig. Und das war halt cool. Die Umgebung auf jeden Fall. Und das war auch da wieder cool. Aber da ist man dann halt auch wieder in der Ebene von Oblivion. Aber in die von diesem, wie heißt denn nochmal der, der so dieses Mystische, so dieser, wie heißt der denn bloß nochmal? Das will mir jetzt gerade nicht einfallen. Das war auch so ein Daedra-Fürst. Emeos Mora. Genau, so hieß der. Und der ist ja so Cthulhu-mäßig. Der ist so halt so alte Götter-mäßig irgendwie, so ganz komisch so. Halt viel mit so Büchern und sowas. Ja, da kriegt man auch dieses krasse Buch. Genau, da kriegt man noch so ein übelst krasses Buch und so. Und das ist auch alles cool. Da kannst du auch respecken durch den. Ja. Und diese ganzen Sachen kannst du halt durch den alles machen. Und an sich ist das auch cool. Aber ich habe mich wieder geärgert, weil ich so dachte, geil, jetzt bin ich wieder in der Oblivion-Ebene. Aber wieder nicht in der, wo ich eigentlich hin will. Und ich wollte einfach diese Daedra wieder haben. Die hätten das einmal als Easter Egg oder so als Quest machen können. Genau. Ja, okay. Ich meine, ich sehe natürlich ein, es ist halt viel Arbeit. Komplett neue Ebene, nur für einen Nebenquest. Das ist halt blöd, sehe ich ein. Aber ich habe es halt einfach vermisst. Ich hätte so Bock gehabt, noch eine Erweiterung, nur noch mal irgendwie so Oblivion-Krise 2.0. Ja, okay. Eine Erweiterung könnte man machen. Das ist fürchtig. Also ich meine, das gibt es bestimmt alles halt so Fan-Made dann irgendwie. Aber das habe ich ja nie gemacht. Ich finde halt, ich spiele halt nur den offiziellen Crap und dann ist es halt gut. Same. Aber als Mod gibt es das bestimmt. Es gibt auch ganz viele Mods. Ein Milliarden. Ja. Und bei Skyrim ja noch viel, viel, viel mehr. Auch, oder? Ja. Und ich meine... Das ist bestimmt alles. Ich meine, das ist ja wahrscheinlich der Grund, warum das Spiel so ein Dauerbrenner immer gewesen ist. Weil die Leute halt dann einfach... Konntest du ja auch auf selbst auf Konsole konntest du ja abertausende Mods runterladen. Echt? Ja, ja. Nur auf PC? Nee, nee. Das haben die ja irgendwann richtig embraced. So, dass sie halt gesagt haben, oh, das ist so sinnvoll mit diesen Mods, dass wir da dieses... Ich habe vergessen, wie das heißt. Das ist irgendwie so eine... Ich glaube, der Tester hört auch eher auf die Leute. Bei Nintendo wird es ja weggestriked, wenn du irgendein Fan-Game machst. Ja, aber für die war das ja sinnvoll, weil sie konnten das Spiel halt so... Weil du brauchst das Spiel halt, um die Mods zu nutzen, ne? Und dadurch hat sich das ja verkauft ohne Ende. Und deswegen, also es ist ja schon irgendwo sinnvoll. Aber da hatte ich halt nie Bock drauf, halt mir dann irgendwie Mods runterzuladen und so. Und deswegen fand ich das dann nicht so cool. Aber es gab dann irgendwann ja diese Anniversary Edition. Und die hatte ich mir, glaube ich, auch geholt. Und da konntest du dir dann... Da waren ein paar richtig gute Mods, die halt offiziell auch so als einige der coolsten sozusagen angesehen waren. Die wurden da dann mit drauf. Die konntest du dann relativ easy halt. Die waren direkt mit dabei. Die musstest du nur aktivieren. Und da waren dann wieder diese von... Wie hieß denn nochmal der... Dieser durchgeknallte, die du draufführst. Sheogor. Genau, von dem diese Wachen. Diese goldenen und diese... Ach, du Scheiße. Die waren da dann wieder drin. Die auf Shivering Ize. Dann konnte man die, glaube ich, beschwören auch wieder. Ich kann mir die Statisten, Shivering Ize. Boah, das habe ich auch vergessen. Die große. Die hatte auf jeden Fall irgendwie... Die war auch ultra geil gemacht. Das war so cool. Aber schwer zu erreichen. Weiter Weg. Das war so cool. Ja, aber auch generell Shivering Ize war einfach die geilste Erweiterung aller Dingsbums-Teile. Mein Vater ist auch großer Oblivion-Fan. Komischerweise ist der nicht so ein Film von Shivering Ize. Das verstehe ich nicht. Das war doch so cool. Shiro Gorath war cool. Schon wie das introduced wurde mit diesem Haskill oder wie der hieß. Und am Anfang, wenn der eine da was erzählt und so. Der Torwächter. Das war mein Vater noch cool. Aber dann haben wir so dieses, ja, dieses Moravent-Art hier war, glaube ich, nicht so sein. Doch, und dann mit Mania und wie hieß das andere? Mit diesem Verrückten und so. Das gab doch zwei Ebenen da sozusagen. So rechts und links. Das eine war so freudig und das andere so negativ. Oh. Wo kam die denn jetzt her? Guck mal, wie schwach. Schilde hoch. Oh, das hatten wir auch mal. Weißt du noch, wo wir so eine Try-Out schaffen? Das war unser Tiefpunkt. Schilde hoch. Naja, da hatten wir schon Dingens. Da hatten wir schon heroischer Refrain. Ja. Also, Tiefpunkt kann man nicht sagen. Aber es war halt so ein bisschen. Dein Tiefpunkt. Ja, vielleicht. Da war ich richtig am Rätseln. Ja, aber jetzt haben wir uns ja drauf geeinigt, dass es halt auch irgendwie nicht so wichtig ist, dass man das permanent hat. Das ist ja nur für die absolut härtesten Stellen. So, es ist ja jetzt nicht mehr so wirklich wichtig, dass wir es permanent aufrechterhalten. Das ist nur über einen Kampf sozusagen, weißt du? Wenn es halt richtig schwer wird. Wenn ich etwas respektiere im Gebiet oder wenn ich das als Challenge ansehe, dann seht ihr, wie ich da immer drauf achte. Ja. Was hier. Und dafür, und ich meine, es schadet ja nicht hiermit, zieht euch zurück. Ist ja alleine schon deswegen praktisch, weil man halt so schnell unterwegs ist. Dann mit die Partlänge nicht ein Millionen Jahres. Also ich kann euch mal sagen, wahrscheinlich sehen wir es erst wieder hier. Verborgen, Stadt von 8, da schien. Ja. Jetzt zum Beispiel, wenn jetzt diese Meisterquest halt wirklich schwer gewesen wäre. Okay, cool. Hätte man ja vorher machen können, wenn man einmal wide. Oh, der Lübe ist wieder da. Da hat er gechillt. Ein bisschen saufen hier, das Sumpfwasser. Und schön mit Strohhalm so. So. Und Sonnenbrille so. Fuck's life. Hey, das kommen ja noch richtig viele. Wo waren wir denn überall noch nicht? Ach hier, das Ganze. Das Problem ist, wir müssen auch noch die... Also, was heißt es nicht? Oh Gott. Ich will irgendwie die Quests hier noch machen. Es sind so viele Quests gewesen. Bei dir nicht, ne? Es liegt halt daran. Ja. Es liegt halt daran, Ausdruckszeichen. Ne, es liegt am Park. Je nachdem, wo man einen Charakter erstellt, in der Heimat nenne ich das jetzt mal, in der Tutorial-Heimat, hat man mehr Quests. Wie viele Leute jetzt sagen, ja, im Prophecyz, wie ist das da? Ja. Weil, da gibt es ja das T-Ring. Selbst in Ascalon hast du da mehr Quests, also in den zerstörten Ascalon, als wir. Selbst da hast du da mehr Quests. Da werden wir auch nicht so viel finden. Ne. Ist halt so. Also, da hast du wahrscheinlich die meisten extra Quests, wenn du einen Prophecyz-Charakter erstellst. Ja. Das ist so viel neben Quests. Weil früher war es, glaube ich, auch mit immer dran gekoppelt. Da konntest du Klassen wechseln mit Quests. Da konntest du Fähigkeiten freischalten mit Quests. Das ist ja jetzt nicht mehr so. Und da gab es so viele extra Quests. Und da hat man auch schwerer die Erfahrungspunkte bekommen. Und da wolltest du die eventuell sogar machen. Ja. Ja, das ist schon ein anderer Vibe. Und pre-Searing gab es auch noch tausend Quests. Also wer Prophecyz erstellt, wahrscheinlich am meisten Quests. Ja. Muss man einfach sagen. Das wäre auch echt cool gewesen für das Let's Play. Das ist pre-Searing. Ja, was willst du machen? Also am Ende, wenn wir mit dem Spiel durch sind, einfach nochmal pre-Searing. Einfach nochmal den überlebenden Titel holen. Oder wie das dann nochmal heißt. Man könnte halt wirklich einen neuen Charakter erstellen und es einfach mal zeigen. Ja. Müssen wir mal bei uns überlegen. Ist ja noch ein bisschen... Das macht den Coole dann auch nicht mehr fett. Nach irgendwie fünf Jahren Let's Play. Das sind fünf, sechs, sieben Parts. Mehr nicht. So lange geht das ja auch nicht. Zumindest nicht, wenn man zu zweit spielt und mit diesem Feuerkobold. Ja. Ja, vielleicht machen wir das. Schön wäre, wenn wir dann beide den Feuerkobold machen könnten. Das geht nicht. Ja. Du musst es ja machen, wenn meiner Tod ist. Oh Gott. Wie mit dem Legionär. Das ist aber so lustig. Das ist so fucking iPhone. So ein Legionär. Ja, der gehört irgendwie auch dazu, zu unserer Truppe. Der ist einfach so ein Teil vom Team. Schon ein Staple. Das ist dann ein bisschen weird, wenn dann die Kauffrau oder sowas. Ja. So, oh, da ist er im Urlaub. Oh. Das ist wie... Ja. Wie in der Bresche. Genau. Hat der auch... Was hat der nochmal gesagt? Nee, der sagt, psst, hier drüben. Pst, ihr da. Oder das kann auch sein. Ach, da ist das vielleicht. Ach, da hat der jetzt gesagt. Rat mal, was die Axt, Leute, hier haben die Klingentermüten. Kraftanglung. Achso. Was willst du denn jetzt? Hat man dir das Förmchen weggenommen? Ich wollte nie Jäger werden. Ich wollte immer Holzfäller werden. Ah, und das war's. Das wolltest du uns sagen. Ich dachte jetzt, bei dem Quest... Nein. Das ist einfach nur, dass es getriggert worden. Da. Zeichen. Die Bronzene Axt ist jetzt da. Yes. Habe ich euch vergessen zu zeigen. Tja. Wir werden nie wissen, was mit ihm ist. We'll never know. Er wollte uns nur sagen, dass er Holzfäller werden wollte. Wow. Danke. Wo war denn jetzt der Fischer? Ich will wissen, was man dafür bekommt. Questmeister. Nix, ey. Locker irgendwie so. Oh, ein Stab mit schlechten Werten. Bitteschön. Aber Sonnensperrpunkte, glaube ich auch. Das mag sein. Castellan habe ich bald. 4.000. Oh, dann. 50.000. Das ist nicht cool. Das ist nicht cool. Das ist uncool. Fühlt das 5-fach auf. Uh, Level up. Ne, das ist 4-fach. Ja, ich und Matto. Dass man hier ein Level up bekommt, bei diesen Gegnern. Hard-Mod ist Hard-Mod. Ist hier nicht der Fischer? Keine Ahnung. Ich guck gleich mal. Abgeschlossene Fests. Da oben ist wir noch eines im Dorf. Fällen noch. Großer Fang. Juhu. Da ist der. Wenn wir jetzt hier weitergehen. Wieder ein Boga. Ach, Ben hat sich gerettet. Jawohl, Adonis, Carsten. Oh, ich hasse Adonis. Nein! Nein, ich habe ihn wieder. Ich auch. Ich habe ihn aber jetzt. Ich habe ihn. Nein. Im Wagon ohne Adrenalin. Klasse. Adonis. Herkules. Herkules. Herkules gibt es ja schon. Göttlicher Geist. Der sich wiegt aus wie Herkules. Aber er ist leider nicht mehr dabei. Geduldiger Geist. Wie heißt das? Geduldiger Geist. Göttlicher Geist. Nee, geduldiger Geist. Das ist dieser eine. Das heißt ganz anders. Das ist der geile Brocken hier. Ich glaube, das heißt gar nichts mit Geist, oder? Warte. Sanatius. Ich werde es gleich wissen. Ich muss in Sanatius Fertigkeiten Pool gucken. Göttlicher Geist. Göttlicher Geist. Ja, doch. Stimmt. Ja, passt ja auch. Aber er müsste halbgöttlicher Geist heißen. Ja. Da ist der Fischer. Boah, das Gebiet ist so groß irgendwie. Hätte ich nie gedacht. Wo ist der Fischer? Ich habe ihn nicht gesehen. Ach da. Len, du. Ich hatte irgendwie das Gefühl, der wäre im Wasser gewesen. Komisch. Da ist er ja ein bisschen, glaube ich. Nee. Schatten ist das. Ach ja, ich kriege ja nichts. Schatten sieht bei dir wahrscheinlich auch so wie Wasser. Ja, ein bisschen. Oh, Mensch. Das ist aber nett. Oh Gott. Zehn Sonnensperrbelohnungspunkte. Nee, das ist doch ein Witz. Bei mir sagt er, Mudabi wurde von meinen Augen in Stücke gerissen, aber bei Shankulu dauerte es länger. Ich hörte den Halli rasch Schrei, als ich floh. What? Ja, das war anscheinend der Bösewicht, den wir platt gemacht haben. Wir haben seine Freunde gerasht. 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 So, sind denn jetzt noch Opponents hier? Gute Frage. Wo sind die Dignas? Wo sind die Dignas? Ich glaube, es ist wieder diese Zeit. Hier trennen sich unsere Wege. Na dann, tschüss. Oh, cool. Nur noch 100 Meter. Hä, warte. Da müssen noch voll viele fehlen. Guck dir das mal. Naja, es kann auch eine Ecke sein, wo einfach voll viele sind. Ich mache mal wieder meine Karte über den ganzen Bildschirm hier. Ich hasse diesen Bereich. Einmal nur Wasser. Du hast mir Wasser geschenkt. Oh mein Gott. Und ich bin halt langsamer als er, weil er die ganzen Leute hat mit Ja. Zurückweichen, oder wie der Scheiß heißt. Zurückweichen. Quormier, wo bist du? Du bist voll abgehoben, seitdem du eine Göttin bist. Weil Quormier mal früher schon unterwegs. Da warst du immer fix. Ja, da hat man immer Speed gehabt. Oh nein. Hi. Oh, hier ist ja auch noch einer. Ando. Will auch irgendwas. Oh, Alter. Die sind aber auch alle anstrengend, ey. Wo sind die? Oh Mann, jetzt ist so ein Ohrwurm. Schön Tony D, ey. Das war noch Zeit. Wer ist Tony D? Hä, Tony Damager? Agro Berlin? 50 Meter hast du noch, dann hast du eine Axt im Kopf. Das ist so scheiß Deutschrap. Richtig gut. Also ich habe das auch Jahre später erst entdeckt, aber damals als Agro Berlin noch angesagt war, ey, da war ich noch nicht so auf dem Train. Also bin ich bis heute nie gewesen, aber es ist manchmal ganz lustig drüber nachzudenken. Schön, schön. Ich höre nur Ami Rap. Ich höre das auf Händen nur ironisch. Nicht mal den magst du, aber du würdest lieber Deutschrap hören als Ami Rap. Wie geht das? Ja, kommt halt auf den... Ne, das stimmt ja gar nicht. Ich habe ja auch jahrelang immer gerne Eminem und sowas gehört, aber halt ich bin nicht so ein Trap Rap Fan. Biggie, ne, und so. Ja, für jeden. Er ist so old, Ted. Ja. Und ich bin eigentlich auch voll alt, aber ich höre nur diesen ganzen modernen Scheiß. Die meisten Rapper, die ich mag, haben noch nicht mal drei Jahre Rap-Erfahrung. Naja, oder zumindest sind nicht drei Jahre vorher für euch. 2015, so ab da wird es alles gut. Ach, hast du noch welche erwischt? Ja. Die werden es nicht filmen. Ach, hier kann man gar nicht weiter, ey, so Mist. Hä? Achso, ich habe noch eine Idee. König der Ohrwürmer und der Lustigkeitszeit Kati. Nicht Agro-Man. Ten lieber Kati. Also fairerweise muss ich sagen, also wenn es um die Texte und um die Rhymes und so geht, ey, dann ist aber tut mir leid, selbst Agro Berlin besser als der Dude. Der wiederholt ja auch nur alles. Der wiederholt einfach alles. Was ist das hier? Ja, das Gebiet ist irgendwie zieht sich mehr als ein Kaugummi. Ess! Ja, ich finde das nicht schlecht, das Gebiet, aber es zieht sich irgendwie scheiße. Das ist echt so groß, ja, ho, ist so groß wie ein Eye of the North Gebiet, wenn man sich es mal anschaut. Das ist ja brutal. Ich habe noch Gegner gefunden. Gegner! For real? Ja, noch ein Niboga. Da unten ist er. Den packe ich mir jetzt. Na gut, da waren wir noch nicht. Das ist aber nur einer. Das wird wohl nicht reichen. Nee. Hä, wo sollen die denn sein? Guck mal, da fehlt noch so verdammt viel. Gildfiki sagt ja auch 276 Gegner. Wo sollen die denn sein? Der Iboga ist tot, Leute. I have no fucking clue. Ah, ich weiß, wo sie sind. Da ist noch nix. Da waren wir noch gar nicht. Ja, aber da fehlt noch so viel, es wird trotzdem nicht reichen. Naja, das sind noch 30 vielleicht. Können das schon sein. Das Gute ist, da bin ich jetzt auch gleich. Nur schnallen. Ja, ich sehe hier schon welche. Hier sind schon welche. Ich komme angesprintet. Hier bei Hatuk wieder, ey. Ist das nicht der, der irgendwie meinte, bla bla, ich will kein Ja, genau. Ja, das stimmt. Ja, hier sind wir einfach nicht weitergelaufen, ey. Aber in Deutschland irgendwie hören echt alle nur Deutsch, Rap. Dann komme ich, ey. Nur Deutsch, Rap. Wenn Rap, dann nur Deutsch, Rap, ne? Ja. Ja. Ist eigentlich sad. Ja, so internationaler Rap, der hat sich jetzt nicht mehr so, ist jetzt wieder zurückgegangen. Ich glaube, es gibt jetzt viele Leute, die auf so russischen Rap und so hören. Äh, vielleicht klingt es ja ganz gut. Es gibt auch eine geile Metal-Band, Fail Emotions. Ist auch teilweise auf Russisch mit Elektro-Einfluss. Metal-Chor-mäßig mit Elektro-Einfluss. Singen auch teilweise auf Russisch und finde ich geil. Hey, und sind hier Dings nicht auch? Rap ist ja sehr textabhängig. Das, was du mir einmal jetzt zeigst, das, diese mit den Masken. Und die singen ja nicht auf Russisch. Doch, in dem einen Track auf jeden, Alter. In diesen, wie heißen die? Ah, ja, hier, Slaughter to Prevail. Ja, ja, genau. Ja, dieses, äh, was ich dir neulich geschickt habe. Ja, hier, das Viking, da ist auf jeden Fall ein Teil von Russisch. Also, ich würde jetzt behaupten, das klingt zumindest so. Aber andererseits, wenn die so, so wie die, also der Gesang, den die Gesang nennen, ist für mich ja auch nicht so leicht verständlich. Aber da waren schon... Ich verstehe ja alles. Er versteht meine ganzen Musik nicht. Den Metal versteht er nicht und den Trap auch nicht. Ah, doch, das war aber definitiv Russisch. Weil ich weiß nur, dass ich mich gefreut habe, dass ich ein paar, äh, Wörter wiedererkannt habe. Was ist das? Das war schon lustig. Ein Metal finde ich so okay. Im Rap, wo es auch ein bisschen auf den Text ankommt, mhm. Ja, na ja. Schwierig. Währenddessen, du zeigst mir hier die ganze Mucke da mit dem Trap-Rap, wo ich so denke, okay, da kann ich, da kann ich vielleicht noch verstehen, dass man die Beats ganz gut findet. Ja. Ja, aber das kannst du ja, dann kannst du ja beim, beim, irgendwie beim Metal auch sagen, ja, okay, ich fand halt die Melodie gut. Ich muss den Text nicht verstehen. Beim Metal ist mir das ja auch egal. Ja, gut. Beim Rap ist halt 60, 40. Ja, ist bei mir ja immer. 60, der Beat aber actually für mich. Hm. Aber beim Metal ist halt noch wenige auf den Text ankommt. Äh, bei mir 50, 50. Echt? Ja, auf jeden. Das ist auch so Old-Ted-Mentality. Wahrscheinlich. Das geht nämlich immer mehr zurück. Das kommt nur irgendwie auf. Ja, leider. Ja. Aber es ist ja auch viel mehr so so TikTok-Fame. Ich kenne halt so einen, der reacted auch so auf Kati und so und lässt dann seinen Vater das auch mal hören. Das ist immer ganz spannend. Elysia Rees heißt er. Und dann sagt der Vater auch immer, oh, in my time, we have Tupac, five-minute-song and lyrics, 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 no hooks. Ja. Und dann kommt Kati, eine Minute 20, new tank. Das ist, das, weiß nicht, das ist halt nicht mehr so. Aber bei dir, du würdest es auch gerne so. Ja, genau. Richtig. Richtig. Und du willst halt das andere haben. Ja. Und ich finde das so halt geil, wenn man es wie ehrlich sagt. Es kommt halt drauf an, zu welchem Zweck man das hören will. Ja, also wenn man es nur so als Hintergrund irgendwie, oh, cool, geschafft. Cool, geschafft. Dann klar, ja, dann sehe ich es ein. Aber so, für mich ist ja so Musik dann so, es muss auch 80 Prozent meiner Aufmerksamkeit einnehmen. Nee, das nicht. Zum Wachwerden höre ich das auch. Direkt gute Laune. Puh, da haben wir doch wieder gut rumgekriegt. Immerhin Calvames Fokus, ne. Darauf hat die Welt gewartet. Das Squid war so, wie gesagt, Zehwein-Kaugummi, eigentlich ganz cool, mit dem Sumpf und hier hast du die City. Hatten aber schon bessere, muss man ehrlich bleiben. Tja, machen wir beim nächsten Mal ich schnullen, so ich würde sagen, ja. Ja. Mit Tani, Mit Tani freue ich mich richtig, das ist ein cooler Vibe. Oh, wieder ein Archipel. Oh, Wait, steht da jetzt Mit Tani Archipelagos? Probably. Oh, Kies. Kolonu Hamlet, Shakespeare. Er ist ja richtig random. Schachbeck, Schachbeck Village. Ja, seltsam, ne. Nicht gut übersetzt. Wie gesagt, Five Fines Six, noch schlimmeres Spiel, ist auch nicht von Übersetzung. ein Unschuldslamm. Das war leider sehr ähnlich wie das hier, nur ein bisschen kompakter, mehr Gegner auf engeren Plätzen und es gab diesen coolen Tempel. Ist viel lustig, könnt ihr euch auch was freuen im nächsten Part. Ich würde sagen, Daumen hoch, falls es euch gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr es wie in der Provisionen sonst sehen wir uns beim nächsten Mal. Der Legionär ist irgendwie tot. Oh, ja siehst du, er verschwindet doch irgendwann. Stay awesome. Eure. Es ist hier. Ciao. Töööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö insta und twitch und da kann mich auch erreichen hier oben findest du die playlist zu diesem projekt hier unten ist eine persönliche empfehlung von youtube für dich und hier kannst du diesen kanal abonnieren um nichts mehr zu verpassen